Hallo YouTube und willkommen zurück im Bergischen Lande. Ja, wir wollen ein bisschen weiter arbeiten. Ich habe noch ein bisschen was getan. Ich habe schon die restlichen Weinen eingesammelt, die wir gemacht hatten. Und hatte noch einen Shop Klesilage gekauft, weil unsere Kühe langsam ein bisschen was brauchen. Und damit wollte ich jetzt eben weitermachen, dass wir schon mal oben denen noch was geben können. Und dann können wir auch noch ernten. Unser Feld ist nämlich auch fertig. Und wie gesagt, Denkmal. Weihnachten. Drei Tage. Gibt es noch ein bisschen was extra zum Schauen. Ich weiß gar nicht, was denn da noch steht. Was ist das denn? So. Die können wir uns aber aufmachen. Dann noch ein bisschen was mit. Dann müssen wir dann noch umbauen. Und dass wir die Tiere noch sauber kriegen. So und bei den Kühen nochmal eben gucken, ob da noch alles da ist. Hey, wo ist sie denn hin? Nimm geblieben. Ich habe schon Sprungerfolge. So. Dann können wir uns jetzt mal. Die können wir uns nicht mehr schlafen. So. So. Schaufe mit dir. Ich frage einmal die Sonnenblumen. Stroh kann ich auch schwer. Also erstmal eben, wenn wir alles wissen. Ups. da Das ist gut. Oh. Oh. Dann. Oh. 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 Jetzt bist du bestimmt. Der steht hinten. Das Ding haben wir ja da hinten gestellt. Wie war das noch? Wer Ordnung hat. Das Netz erfolgt zum Suchen. Jetzt kommt jetzt noch was drin. Oh. Oh. Das ist so schön. Das ist so schön. Oh. 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 Es ist so super. Ich finde sie gerade eine Ecke, die ich nicht so gut. Ich finde sie gerade eine Ecke ist nicht so gut. Ich hab mal alles in die GEA, ich hab immer ein bisschen drücken. Was ist da eigentlich letztes Mal bei rausgeklappen? Ich weiß nicht, was das ist. Oder wirklich BGA über BIA? Ah, da ein Name BIA. Jo, kann man mit ihm. Ja. 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 Also, jetzt wollte ich ja noch eben Zuckerrüben, Karotten, die hier hatte ich aber noch nicht. Wo bin ich? Wo bin ich? Okay. Okay, vielleicht. Da machen wir aber Zuckerrüben. Na ja, da ist ja alles möglich. Aber ich weiß nicht, ob der Zuckerrüben da oben ist. Was? Er ist schon? Nee. Und Getreideschrot hatten die, glaube ich. Ja. Das reicht aber auch noch. Okay. Das wird dann für heute abgeschlossen. Okay, ich werde das mal wieder weg. Das war's. So, dann erst mal Pause. Lass mich durch, danke. Dann können wir... Mal gucken. 46 muss ich noch ansehen lassen. Bereit steht er ja schon. Ach, was schon mal ein bisschen. Aber das können wir machen. Wenn er fertig ist, dann kann er ansehen. Aber wir werden uns dann... Vielleicht damit beschäftigen hier, das Feld zu ernten. Aber erst mal schicken wir den hier für reise. Und so. So, und ich möchte dann... So, ich möchte die Zähne mal zuziehen. Ich will noch einen Dinkel. Jetzt haben wir das vorgewenden hier, damit wir hier in Ruhe verbinden können. Und vielleicht hätten wir hier die ganze Zeit den Zaun. Und hier haben wir einen Streifen, aber nicht da? Ach, leider nicht. Das können wir hier nicht streiten, wenn wir da sind. Na gut, das können wir noch haben. Fahren wir jetzt einmal bis nach oben, machen wir da noch mal quer. Ja. Und dann sollte er, denke ich, mal klar kommen. Und die andere Seite hat das natürlich gemacht. Ich denke, naja. Verließen wir dann noch mal das Wiesbauer. Bis nach oben. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Am 24., 25., 26. Gibt es denn so ein kleines Weihnachtsspezial? Ich würde mich freuen, wenn ihr dabei seid. Schaut auch gerne bei Twitch vorbei. Und damit sage ich Bye Bye und schau bis zum nächsten Mal.